Diese hier angebotene 8 Zimmer Wohnung ist ab September 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Kaiserswerth. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 500 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 5300 Euro. Wir freuen uns die näher zu informieren. Ja.